tja willkommen zu einer neuen folge von fabel 3 ich habe offline jetzt erst mal ein bisschen geld eingezahlt hier wie man sieht sind wir jetzt bei 2,2 millionen und beim häuser renovieren was ich dann auch offline gemacht habe also während ich nicht aufgenommen habe außer sehen noch ein laden gekauft war nicht so gut aber ist jetzt auch nicht mehr zu ändern und ich habe herausgefunden dass ich ja noch zwei kleine quest zu erledigen habe und ich glaube das mache ich jetzt erst mal eingestellt ja was ist denn was kann ich denn mit der waffe wache hallo tanzen ein bisschen sehr abgefahren eins, zwei, drei niedlich ich auch geschenke mag ich auch gern geschehen danke so jetzt aber raus hier sonst wären wir nie fertig ich kann ja nicht mit allen wachen hier tanzen geht's euch gut, Sir? ja, sehr gut ist das nervig es regnet mit den Hofschranzen kann ich hier nicht mehr interagieren mit ihr ja mit dem kleinen auch der König oder wie Mama sagt der große Boss unglaublich lebt hoch Majestät ja, war doch nicht schlecht ja, ich weiß äh, ja Majestät, ich bin so zufrieden mit euch deshalb schenke ich euch etwas danke Sir die nette noch ja guten Tag, Sir also wenn man überlegt ich habe ja nicht die Steuern gesenkt ich habe sie so beibehalten weil wir ja das Geld brauchen und ich habe auch noch nicht oder mich bisher immer vor dieser ja, schön und noch ein Geschenk oh, redet doch nicht alle durcheinander entkommender Häftling ich hätte eigentlich eine Beziehungsquest ausgewählt na gut oh, der hat aber eine hohe Stimme also ist der Wache nach so, da stehe zu Diensten, Sir ja, beim nächsten Mal wie geht es eigentlich meinen Häusern hier? der Herr nachschauen oh jetzt oh, das muss repariert werden das machen wir doch glatt haben wir hier noch eins? wie sieht es damit aus? oh, das muss repariert werden ich bin ein braver Vermieter naja, ich habe ja schon wieder fast doppelt so viel wie zum Start des Spiels das auch was ist denn hier los? haben wir hier noch irgendwo eins? ja, da ist noch ein Haus reparieren auch 58% so ist hier noch fast versteckt, Hund schöne Schuhe aber bekommt eure Oma denn eigentlich keine kalten Füße ohne sie? hört ihr das? hier ist irgendwo noch ein dämlicher Zwerg verlaufen? ja darf ich euch beim Sterben helfen? bloß wo? das ist immer wow, man sieht ja hier gar nichts irgendwo ist hier noch so ein verkackter, dämlicher Zwerg Zwerg bloß wo? ist der vielleicht in dem Haus drin? das hatten wir ja auch schon nein hier macht mich kein Zwerg an hübsches Haus gehen wir mal die Treppe hoch ja gleich ich hab hier ist ein Zwerg hört ihr das nicht? ich würde euch nur allzu gerne behilflich sein lasst mich euren BH für euch halten doch ich bin der König ich darf das hä? ihr habt das doch auch gehört woher hängt denn dieses Vieh nun? ich nehme gleich die Maus hier zur Hilfe aber die können ihn doch nicht ich bin nicht wie diese gemeinen Zwerge ich bin schlimmer guck mal höher komme ich nicht dass wenn die oh hier irgendwo ein Zwerg versteckt haben wäre das ein wenig unfair jetzt sieht man auch durch den Text da oben überhaupt nichts so höher komme ich nicht huch nein wollte ich jetzt nicht pfeifen die Leute lieben Helden wisst ihr warum? weil sie Idioten sind ich hasse sie ist der vielleicht von hier zu sehen? ne kommt man da irgendwo hoch? das ist ja jetzt mal wieder interessant wo ist da der Zwerg? zu euren Diensten also wenn ich hier hoch gehe dann höre ich ihn oh der ist ja doch hier unten drin mach auf die Tür nee dann hätte er ja gequatscht hat er ja nicht sorry da stehen wieder so ne komischen Eier rum halt sie ist unten gut dann stört sie mich ja hier oben nicht Männer seid gegrüßt nach Herzeit bin ich gegrüßt ausgeschlossen natürlich guckt euch das mal an hier ist doch nix schöne Waffe habt ihr da mitgebracht müsst ihr irgendwas kompensieren? ich will dich kompostieren ey das gibt's doch gar nicht blau steht euch gut ihr solltet es mal mit einem blauen Kleid probieren ja gerne nach dir also hier ist wirklich nix seht nur all diese Muskeln rein Schultern und das spartige Kind ihr seid eine seltsame Tame ich sehe ganz viel ich krieg hier schon fast unter dem Monitor gibt's nicht ne? oh ging es nach mir gäbe es keine Krankheiten alle würden sofort sterben ihr zuerst oh komm hallo nicht so schnell oder kommt man da irgendwie hoch? hab ich hier irgendwo was übersehen? komm lauf doch mal ne hier ist nur das Tor da na das ist der Knast die Tür ist verschlossen ja hier ist der Knast und hier kommt noch ein Verbrecher läuft frei herum wollt ihr ihn aufspüren und fangen? nein Henry das mach ich später ich will den Zwerg haben oh ein Grabungsort hier geht's hoch hier gehen wir gleich mal gucken wenn wir gebuddelt haben jo nicht ich bin an den hohen Preisen schuld sondern die Wirtschaft haha echt? ah so so nun bin ich aber mal gespannt wer hängt denn da? am liebsten in einem Sack im Wasser so wie dich oh ist das schön wenn Ruhe ist oh ich hab ja schon die Hälfte oh Schatz Hälfte der Zwerge gut der war aber gut versteckt wir könnten Freunde sein da ist noch einer wenn er euch einen Sack über den Kopf zieht hm hier geht die Treppe runter die Welt verlässt sich auf große starke Männer kennt ihr welche? ne du Frau? verzeiht hättet ihr Zeit euch zu verpissen? wir gehen mal hier runter ist doch eigentlich ganz einfach wenn man den richtigen Weg weiß ihr seht echt aus wie eure Mutter und da ist der Nächste und weg ist er so jetzt haben wir hier aber ordentlich Zeit verdattelt ne? war der Laden schon immer hier? ja immer eine Freude euch zu sehen eure Majestät hallo Superheld jo ich bin Superman ach so wir können ja mal ganz schnell zu Siegerstraße weil da gibt's so einen interessanten Klingenzauber den wollte ich noch mal erwerben hier und ich müsste dafür schon wir gucken aber oder wir schauen mal was hier hinten noch so ist Magiestufe 4 ja das machen wir erst mal da ich die ja doch öfter einsetze der Klingenz war nicht so viel gut jetzt haben wir nur noch zwei naja das muss nicht unbedingt sein da kommen Mieteinnahmen hier Klingenzauber hat kostet 40 die drei Päckel kosten 100 das ist Magiestufe 5 und Nahkampf und Waffenstufe 5 und dann gibt's auch nicht mehr also brauchen wir eigentlich noch 340 Siegel ich weiß nicht ob ich das noch schaffe gedrückt halten so was sagt die Zeit ah ist noch genügend Zeit da ne ich bin ganz stolz auf mich aber wir haben leider noch ersten Drittel der Bevölkerung gerettet so wie das ausschaut ein paar sind denn da noch jetzt quatschen mich hier auch keine Zwerge mehr doof an jetzt wollen wir doch mal ganz schnell die kleine Aufgabe hier erledigen haltet Y gedrückt um einen durchschlagkräftigeren Schuss aufzuladen hier ist ein schönes Feld oh Blumen und eine Truhe es war ein Fehler sich mit uns anzulegen wir werden euch töten sicher verdammt fast getroffen seid ihr bereit ihm zu zermalmen Jungs trefft ihn bevor er euch trifft Idiot doch da hab ich dich schon kann ich auch kann ich auch kann ich auch oh na warte so was Grabungsort gut gut dass ich durchs Blumenfeld gelaufen bin nur Buddel Buddel stehe ich vielleicht da wo du Buddeln willst und 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 ah na endlich ich grabe auf und dann gehen wir mal hoch zu der Truhe was gibt es was gibt es 400 Gold ich nehme alles so und hier oben war ja noch eine Kiste durchsuchen ein Diamant ja im Breitwoll gibt es im Moment 100% Aufschlag und ich habe auch aus Versehen genau diesen Laden gekauft hier hatten wir schon geschaut hier war glaube ich nichts ah dann hätte der Hund jetzt auch angeschlagen oh oh ich höre es doch schon wieder da ist auch ein Grobi bei im Moment brauche ich ja wieder ein paar Siegelchen nein da lang sollst du schießen nicht da lang oh jetzt hat er mich ja jetzt habe ich nichts gesehen den haben wir erledigt seht ihr seht ihr drei Siegel das ist der Sinn der Sache blockt blockt den oh guck mal wie ich glänze ja er hat einfach er hat einfach verdammt wir töten euch so wie warum zeigt ihr nicht ein bisschen Anstand warum überfallt ihr hier Leute so weiter geht's Hund kleines Training ach das hängt wohl mit der Magie zusammen dass ich so rum glänze ich bin schneller ich bin schneller oh Schmetterlinge und da unten sind bestimmt auch noch ein paar Freunde die wieder einer persönlichen Behandlung bedarfen bedürfen ja achso ich wollte schießen ey oh ich habe neun von diesen Viechern das mache ich mal oh das war das falsche gut so macht den Abschaum ich schlitze euch auf ach die sind jetzt auf meiner Seite ha gut vielleicht könnt ihr euch erinnern das sind diese Schatten aus Aurora ach da ist auch noch einer kann man gar nicht richtig erkennen so jetzt aber der lebt noch noch war das jetzt alles jetzt gut aha 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 interessant 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 ich habe fast wieder ein Siegel voll ein dicker Adliger mit dem könnte ich was machen diese Mieten sind unverschämt diese Mieten sind unverschämt ja aber wichtig komm ich dröste dich das gefällt dir doch bestimmt es gefällt ihm ah eine neue Quest keine Angst ich nehme sie bloß an ich mache sie jetzt noch wir könnten Freunde absolut großartig habt vielen Dank das ist wirklich sehr nett von euch ja gut wir hatten aber eine andere Quest so nein die hatten wir wir sind ja gerade mit Fields da muss ich mir jetzt nicht ein Ziel setzen was ist das denn ich bin verwirrt Hä noch mal gucken Quest ich hatte doch Beziehungsquest Geschenk die hatte ich angenommen hinreisen will ich jetzt aber nicht bin ich denn falsch gelaufen sieht so aus jetzt was war das irgendwie muss ich denn jetzt lang jetzt muss ich doch hier lang Hä okay wir denken nicht drüber nach da ist sie doch das ist sehr nett von euch ich kann mein Geschenk kaum erwarten das glaube ich warte warte bitte ich weiß oh schön so jetzt noch schnell zum Thronsaal reisen das machen wir natürlich mit Schnellreise wups 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 und dann werde ich in der nächsten Folge mal schauen was denn noch als Aufgabe für uns im Thronsaal wartet vor noch ein bisschen was einzahlen guck mal da ist ein Hausschild soll ich da mal rauf da guck ich mal rauf ja der König ja da gucken wir mal auch mal schnell ja das gehört mir und mehr nicht okay und ich kann hier nicht mehr machen na gut vielleicht geht es auch nicht ja ich weiß dass ich der König bin so mit einem Blick von dem Balkon auf meine Untertanen wende ich diese Folge sehr komische Büsche bis dann Freunde tschüss